Roxo, wo bist du? Wo bist du? Ja, ich such dich. Hier sind überall Kartons. Wo bist du denn? Hier vorne irgendwo? Oh mein Gott, ich bin oben auf dem Zug drauf gerade. Ich bin oben drauf. Siehst du mich? Ich bin ganz hinten. Bist du ganz weit vorne? Oder wo bist du? Okay, ich kann mal nach vorne gelaufen. Da bist du. Guck mal, ich bin über dir. Hier. Okay, wie komme ich jetzt hier runter, Heile? Ey, pass bloß auf. Wenn du dazwischen springst, Oh Gott. Okay. Kannst du das machen? Lass mal ein bisschen erkunden. Wir sind mit ein paar Leuten hier. Ja, zwei andere habe ich noch gesehen, zwei andere Passagiere. Wollen wir hier rüberspringen oder was? Okay. Ich höre hier was. Was ist da? Da ist irgendwas. Wie, wo ist was? Oh mein Gott, da ist doch ein Zug. Das ist Charles. Oh Gott. Oh mein Gott. Au, nein. Ich bin draufgegangen. Was machst du denn da? Mann, Hilfe. Alter, der haut da richtig gegen. Mann. Oh nein. Was war das denn für ein Teil? Ey, wir haben viel zu viel Angst gehabt. Das ist alles Problem jetzt gerade, ne? Was ist da? Da ist sowas rechts. Ich sehe es. Was ist das denn für ein Teil? Oh mein Gott, ich schieße mich zu. Oh mein Gott. Der schießt auf mich mit einem MG. Oh mein Gott. Wie jetzt? Er schießt nur auf mich. Ich sehe es gerade. Hier, hier, hier. Komm zurück, komm zurück. Oh, er schießt nur auf mich. Ich bin echt tot. Ich habe eine Pistole. Ich habe eine Pistole. Ich schieße auf den. Ey, Bro, er geht nur auf mich. Was soll das denn? Nein, jetzt bin ich versteckt. Ja, jetzt geht er auf euch. Er hat einen gekillt da hinten. Ich schieße erwehen. Was ist das für ein Teil? Was ist das für ein Teil? Nein, 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 nein. Ich schieße auch. Ich schieße auch. Aua. Er hat mich getroffen. Oh Gott. Hier, 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 hier. Okay, alles gut. Lad nach, hier. Lad nach, lad nach. Alter, das drückt. Alter, der eine. Oh mein Gott. Der hat die Wand kaputt gemacht. Ich weiß, der macht hier alles. Ja, ich treffe ihn gut. Ich treffe ihn gut. Okay, ich schieße auch. Ich schieße auch auf den. Ja, sei gut, sei gut. Was ist das für ein Teil? Was ist das? Warum hat der andere so eine krasse Waffe? Wo hat die her? Die kann man kaufen. Ich glaube, die kann man kaufen für Geld oder sowas. Glaubst du, wir kriegen ihn hier besiegt? Ich habe ihn ein paar Mal noch angeschossen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hole mir hier direkt mal die ganzen First Aids. Ich hoffe es mal, ich hoffe es mal. Hier ist noch Munition. Genau, das können wir mal ganz was aufmachen, Leute. Boah, 50 Leben. Er ist wieder zurück. Er kommt, ganz hinten ist er jetzt. Er ist fast down, er ist fast down. Okay, drauf feuern, drauf feuern. Wo ist der, wo ist der? Und? Ich habe keine Munition mehr. Ich brauche Muni. Oh nein. Wo ist Munition, wo ist Munition? Hier. Ich schieße mal 13 drauf. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier, so aufladen. Ja, sehr gut. Ich muss nachladen. Nachladen, ja. Oh Gott, er kommt. Jetzt, 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 jetzt. Ah, er greift nach mir. Er hat jemanden gegriffen. Oh mein Gott, er hat ihn gekillt. Jetzt, drauf feuern. Drauf feuern. Oh mein Gott, ich habe keine Muni mehr. Er ist one it, er ist one it, er ist one it. Nein, 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 nein. Komm schon, komm her. Hast du ihn? Zack, zack, zack. Bro, er hat einfach neben mir, er hat neben mir jemanden gegriffen gerade. Oh, da vorne ist unser Zielbahnhof. Ey, aber wir haben ihn noch nicht gekillt. Was? Nein. Und wir sind jetzt wieder am Zielbahnhof. Oder? Ja, doch, stimmt. Ja, wir sind da. Ah, da, sehr gut. Das ist das Problem. Wir haben ihn ja nicht geholt jetzt. Lass ihn mal jagen gehen. Lass ihn mal jagen gehen. Das Ding ist, guck mal, wir müssen ihn ja, während wir im Zug sind. Also ich denke mal, er greift nur an, wenn wir im Zug sind. Und nur nachts wahrscheinlich. Ah, so wie zu Zugfresser. Ja, genau, 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 genau. Lass mal gucken beim Laden. Was können wir da kaufen? Wir haben hier einmal eine Bosspuppe. Eine Bosspuppe? Was soll das denn? Das ist Squid Game. Oh mein Gott, guck mal, das ist Squid Game. Da hinten siehst du das? Ja, ich sehe es auch gerade. Da kann man so rüberspringen. Und hier haben wir eine Familie von Baxter. Ah, hier kann man doch bestimmt was kaufen beinnehmen. Der kann handeln mit uns. Oh, was können wir mit dem handeln? Wir können seine Treue holen, aber ich würde ihn nicht kaufen. Nee, nee, das will ich nicht. Ich will hier, das will ich machen. Ja, das will ich. Ja, genau, ich auch. Ja, ich brauche nämlich eine neue Waffe. So, und? Ja, was kann sie für uns kaufen? Neue Pistole für 40. Ich kaufe die jetzt mal. Ja, mache ich auch mal. Zack, kaufen. Kaufen für 40. Ja, habe ich. Oh, jetzt gibt es hier schon eine neue, eine andere. Und jetzt? Nee, es gibt jetzt wirklich eine andere. Nee, doch nicht. Okay, oh mein Gott, die hat jetzt, vier Magazin hat die jetzt immer. Okay, jetzt guck mal im Momentar. Hast du jetzt hier genau, da hast du jetzt anscheinend. Ja, die Baxter Spezial. Okay, das sieht ja cool aus. Okay, hier können wir die ausrüsten als primär und als sekundär. Ach was? Ah. Das ist meine sekundäre Waffe. Ja. Das ist ja mit zwei. Ach so, ja, sehr gut. Hier als sekundär. Zack, okay. Und Gleise? Medizin und so. Das können wir hier. Gleise. Wir können auch einen neuen Zug kaufen, sehe ich gerade. Dass wir einen besseren, verbesserten Zug. Genau. Hier Medizin. Ich glaube, wir müssen in den Zügen diese Ticketboxes leer machen. Ah. Ach so. Die Fahrt geht auch schnell los. Die Fahrt geht schnell los. Oh Gott. Oh Gott, ich hoffe, dass diesmal kein Gruseliga Zugkasser da kommt. Oh mein Gott, der andere hat viel krasse Sachen verkauft, sehe ich gerade. Nicht so, was hat der verkauft. Ich kaufe der jetzt nochmal schnell. Äh, so weit weg dahinten. Hoffentlich. Meinst du das schaffst? Meinst du das schaffst du noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, das hat zehn Schuss. Oh Gott. Okay, das Ding ist, wir konnten gerade handeln bei dem einen Typen. Du musst auf jeden Fall diese Ticketboxes holen. Ey, es ist ja mitten in der Nacht gerade. Ich weiß, das stand auch gerade, dass die Gefahr hoch ist gerade. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Okay, wir haben mal hier. Was ist los? Was ist in der Tür? Nein! Nee, ne? Oh nee, oder? Hilfe! Wo bist du? Kannst du dich retten? Oh mein Gott. Nicht bewegen, nicht bewegen. Bleib so. Alles gut, ich bin raus. Ich bin raus, alles gut. Okay, okay, okay. Wo bist du jetzt gerade? Äh, ganz, ganz verrückt. Okay, ich bin jetzt gerade ganz... Vorne wahrscheinlich, ne? Ich bin... Ja, da hinten bist du. Ich seh dich da hinten schon. Ich habe gerade irgendwas gehört, glaube ich. Hier, ich nehme mir mal schön hier die Munition mit, ne? Wichtig. Hier, schön, alles einsammelt. Die ist noch nicht, die ist noch nicht. Ah, aufgebraucht. Oh mein Gott, was ist das für ein Ding? Das ist jetzt zehnmal größer, das Teil. Wo denn? Da rechts von uns. Oh mein Gott. Wo ist er jetzt? Da ganz hinten, siehst du ihn? Oh oh, ich sehe ihn. Oh Gott, ich mach's. Er schießt Raketen. Oh mein Gott. Was ist das für ein Teil? Oh Gott. Oh mein Gott. Pass auf, pass auf. Das ist gerade hinten eingeschlagen. Oh mein Gott, okay, komm. Feuer rauf, Feuer rauf. Geht das schon? Kommen wir auf uns? Kommt. Was los? Was los? Au. Oh mein Gott, ich hab das nicht. Auf Weltklaufe. Bro, ich hab's down. Ich auch, ich auch. Ich muss das Leben holen, Leben holen, Leben holen. Muss man gedrückt halten? Oh, nee, ich komm's. Nee, geht automatisch, geht automatisch. Okay, alles gut. Hier, schon los, der Box. Dann bin ich mich gerade. Hier, direkt nochmal, direkt nochmal. Ey, der hat einfach gerade Raketen noch nicht geschossen. Oh mein Gott, da ist er wieder, da ist er wieder. Nicht, dass ihr gleich Raketenreppballat. Ich hau ab, ich hau ab. Er zielt, er zielt, ich hör das. Wir müssen auf ihn drauf schießen, weiter. Ja, ich hole mir hier mal schön wieder Medizin. Hier ist eine Medizinbox. Hier ist eine Medizinbox. Nimm dir. Ich hatte auch nur Medizin, glaube ich. Achso, hast du 100 Leben? Ey, er drückt mich alle weg. Hier, alles einsammelt an Medizin. Los. So, Erste-Hilfe-Kit. Hier, zack, Erste-Hilfe-Kit. Richtig. Ey, der macht ja nämlich gerade die Wände kaputt, ne? Ich glaub, der... Was ist denn mit dem? Der soll mal abhauen. Der komische, Alter. So, ist er weg? Ist er weg? Ich glaub, er ist gerade... Ist er weg? Ja, er ist weg. Okay, komm, wir bleiben hier an den Fenstern. Ey, griff an, griff an. Komm, wir haben ihn fast. Jetzt. So, jetzt. Komm, weiter, weiter, weiter. Ich hab keine Munition mehr. Nein. Nachladen. Zack, 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 zack. Ich hab gar nichts mehr an Munition. Wo hast du... Au, er geht nur auf mich. Alter, warte. Au, er geht nur auf mich. Ein AP, bro. Ich hab 0,0 ein Leben. Alter. Nein. Oh mein Gott, das wärs schon mit mir gewesen eben. Ey, die hat mich geschubst. Nein, bist du rausgefallen? Die hat mich geschubst einfach. Nein, was? Die hat mich geschubst einfach. Vor, ich wollte grad rüberspringen, auf einmal schubst sie mich. Zehn Sekunden, Bro. Jetzt hast du es geschafft. Die schubst mich einfach. Ich bin auch runtergefallen. Aua. Okay, lad auf jeden Fall alles nach. Alles klar, ich hab mir direkt so Ticketboxen nicht mehr hochgeholt. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich lauf mal hier in diese. Oh, das sind auch Leute. Ich hab jetzt neue Waffe und so ein Traumakit. Also, wenn ich jetzt hier draufgehe... Wie ein Traumakit? Was ist das denn? Ich hab so ein richtig krasses Medikit. Hä, so ein Traumakit? Wie so, was hast du dir da schon wieder geholt? Ich hab hier echt eine krasse... Ich hab hier schon zwei Tickets mitnehmen. Dafür muss ich sagen. Ja. Ich hör schon den Zug. Kommt der? Ehrlich? Ja, da kommt der. Oh mein Gott. Er kommt. Er ist da. Er ist da. Wo denn? Auf welcher Seite? Ich feuere drauf. Oh Gott. Oh Gott, was macht der? Wer greift? Der bohrt sich da rein in den Zug. Oh mein Gott, ich mach so einen Schaden. Ah. Hast du ihn? Ich hab mich getroffen. Ich hab mich getroffen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hab auch getroffen. Hier, jetzt abfeuern, abfeuern. Bam. Okay, jetzt komm ich mal bei zwei. Oh mein Gott. Okay, okay, sehr gut, sehr gut. Ach, drauf aufmachen. Und Schuss. Feuern. Pass auf, er greift. Er greift nach dir. Er greift nach dir. Pass auf. Er greift nach mir, oder? Oh mein Gott. Geh auf zu greifen. Oh Gott. Oh Gott, pass auf da. Das ist ja lebensmüde. Der soll abhauen. Warte mal, ich freue ihn nochmal ab. Bam. Lauf, 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 lauf. Okay, ich hab ihn gut getroffen. Ich hab ihn gut getroffen. Boom. Boom. Was will der? Was will der? Pass auf. Oh Gott. Pass auf, früher hier. Alter, ich bin aus... Jetzt bin ich auf dem Zug drauf. Auf dem Zug drauf, auch gut, auch gut. Dann Feuer von oben. Er ist weg, oder? Er ist weg. Er ist grad weg. Ich muss mich kurz heilen. Ja, mach mal. Ich hab so kurz Trauma-Kids. Okay, sehr gut. Ich hab auf jeden Fall noch... Er hat mich noch nicht einmal getroffen, ne? Richtig gut. Nicht einmal? Okay, ich muss kurz alle Sachen nachladen. Und der ist auch schon richtig low. Also ich glaub, wir haben ihn auch gleich. Ich hab so... Oh nein. Der kommt direkt auf mich zu. Oh Gott, du hast recht. Er hat was anderes dabei. Er hat einen Baum dabei. Nein, nee, noch nicht. Das sah so aus. Der hat oben so eine Minigun. Ich seh's gerade. Schießt. Oh Gott, komm, feuillen ab, feuillen ab. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Ich hab auch keine Munition mehr. Jetzt nicht drauf gehen. Feuer. Komm. Ey, guck mal, er ist fast low. Er ist fast down. Er geht nur auf mich, weil ich ja meinte schon anlaube. Ja, das kann sein. Der Motor geht gleich aus bei ihm. Ja, jetzt haben wir ihn gleich. Okay, warte. Ja, und... Feuer. Und... Haben wir ihn. Und... Er tut es... Ja. Er ist explodiert, alles. Er ist explodiert, oder? Oh mein Gott. Hä? Was passiert, was passiert? Der passiert, oder? Bei dem... Hä? Soll mal drauf feuern. Der hat so ein kleines Leben und rechts. Ja, was? Das müssen wir noch... Das müssen wir noch... Das müssen wir noch besiegen. Der soll sich jetzt noch mal trauen, jetzt... Guck mal, die auf dem Boden liegt. Komm, ran hier. Jetzt trauen, her zu kommen, Alter. Ist so, komm, ran hier. Ich brauche Munition. Ich brauche unbedingt Munition. Ah, da ist er wieder. Er ist zurück. Ey, was? Oh mein Gott, er ist doch zurück. Sein Bruder ist zurück. Das ist volles Leben. Stimmt. Abfeuern, abfeuern, abfeuern. Komm schon, komm schon. Die kriegen wir, die kriegen wir. Oh mein Gott. Er schnappt, er schnappt, er leuchtet sich an. Er leuchtet sich an. Er schnappt nicht gleich. Ich brauche Muni, ich brauche Muni. Ah. Pass auf. Der hat mich geboxt. Oh, pass auf, pass auf. Ich brauche Muni. Oh mein Gott, der macht alles kaputt. Oh mein Gott. Was machen wir, was machen wir? Oh mein Gott, au. Oh mein Gott, ich habe gerade 150 Schaden gemacht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es gibt so einen Crit-Schaden, den man machen kann. Okay, wenn man ihn bestimmt an einer bestimmten Stelle trifft oder so, ne? Ja, ja, genau. Oh mein Gott, wie der ausseht. Oh mein Gott, ich habe Angst vor dem. Lauf, 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 lauf. Ich auch, es ist nichts mehr da. Es ist nichts mehr da. Hier in der Ecke, oder? Pass auf. Er greift jetzt gleich, er greift jetzt gleich. Oh oh. Oh oh. Er haut ab, er haut ab. Wir haben ihn in die Frucht geschlagen. Besser ist das. Ja. Ist so. Lass uns in Ruhe und komm nicht wieder. Ich hoffe, wir schaffen es diesmal zum Ziel für den Bahnhof, ne? Ja, und dann gehen wir einmal gleich in dieses Dings rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, lass noch mal Medi-Kids mitnehmen. Nehme ich auch gerade noch mit. Keine Munition. Er kommt wieder. Das glaube ich nicht. Er kommt wieder. Trau nicht. Los, hol mich. Ich bin ein bisschen am Humpeln. Oh Gott. Oh Gott, er hat mich fokussiert. Er hat mich fokussiert. Au. 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 Oh Gott, er trifft du mich. Ich habe keine Muni. Er trifft nur mich. Ja. Wir haben es geschafft. Guck mal. Sehr gut. Anteil des Verursachen Schaden. Wie viel hast du da bekommen? Ich habe sechs Tickets bekommen. Und du? 15. Oh, da hast du doppelt so oft getroffen. Sehr schön. Und jetzt können wir nämlich, guck mal, jetzt ist wieder das... Jetzt können wir uns Sachen holen davon. Sehr cool. Und das Goodgame-Ding ist aber auch nicht mehr da als da, ne? Ey, wir haben ihn einfach besiegt. Ey, wir haben ihn echt besiegt, Leute. Sehr gut. Yeah. Freunde, ich würde sagen, das war es für das Video gewesen. Lasst mir ein Like und auch ein Abo da. Und ich hoffe, es war mein Video aus dem nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.